Ich will zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Ich will still sein und einfach nur hören. Heiliger Geist, bitte heile du meine auf Angst basierenden Gedanken. Öffne und weite jetzt meinen Geist, damit vollständige Heilung geschieht und die Läuterung meines Geistes vollzogen werden kann. Ich will in mein weiches, sanftes Herz hineinschauen, Gottes Liebe durch mich wirken, das strahlende Licht in mir, das Antlitz Christi, leuchten lassen und nur der Wahrheit folgen. Mein innerer Altar strahlt mächtig in seiner Fülle, in meinem starken Glauben an ihn. Gott, dir will ich tief vertrauen, zurücktreten, mich führen lassen, einfach still sein und in deinem berührenden Gewahrsein baden. Wir alle gehen hin zu Gott und lauschen hingebungsvoll seinen Liebesbekundungen für uns. Halleluja! Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020